Hallo zusammen und willkommen zurück. Ich durfte ja lange nicht. Für diejenigen, die es nicht wissen, ich hatte eine Operation an den Hängen. Es ist immer noch ein bisschen knastig, aber dass es noch einmal rechts ist, zur Zeit, wo es nicht geht. Äh, dann lasse ich mal ein bisschen runter. Ähm, tun wir nicht noch etwas Einfaches, also nochmal 5-5 machen. Äh, mal schauen, wie das funktioniert. Und ähm, ja. Ich bin gespannt. Ah, jetzt ist es gegangen. Ich habe hier schon ein bisschen angespielt, mal einfach, um zu schauen, ob es von der Hänge her geht. Ich habe es hier weg. So. Und äh, ja. Fangen wir doch einfach gleich mal an. Ah, mal schauen. Ah, ich habe übrigens ja... Oh, das ist ja schnell gegangen. Ich habe übrigens meinen Namen geändert. Genau, das ist jetzt auch neu. Ähm, ich mache wieder den Support. Und einfach, weil es... ... gerade so gegeben gegangen ist. Äh, wo haben wir es da? Ja, das Download-Ding, das ist einfach etwas blöd. Das machen die anderen zwei. Dann gehe ich halt vorne. Dass es wenigstens so etwas ausgeglichen ist. Hm. Ich finde einfach definitiv kein... ...Mittelein... ...Schutz. Das ist wirklich etwas, das bringe ich nicht her. Ich bin irgendwie einfach immer unten rechts. Warum auch immer. Aber das ist echt so. Angewohnheit. Ähm, ja. Ich hoffe, es funktioniert. Irgendwie ist bei mir ein bisschen die Internetleistung ein bisschen runtergegangen. Warum auch immer. Hier hat der Anbieter ein bisschen Stress zurzeit. Warum auch immer. Ich werde gleich einkaufen. Was braucht man jetzt erst? Magierkugeln. Ja. Mal schauen, wie das noch kann. Also, kann ich es auch schon. Oder können. Die Frage ist nur, wie gut. Ah, zu weit. Nichts. Ach, ciao. Faccia mal gutta. Ich bin ja immer noch... Ich spiele immer noch mega, mega gerne Kriegsi. Also, das wird sich nicht geändert in dieser Zeit. Ähm. Das war schon bei Butterfly nicht gut gewesen. Das hat sie gar nicht gesehen, was... was sie jetzt hatte. Schon wieder keine Mana mehr. Ja, sie frisst einfach über viel Mana. Das ist wirklich ein bisschen schlimm. Jetzt bin ich ja am schauen, dass ich das irgendwie vielleicht auch ändern kann. Adieu. Die Mana aufladen wieder. Ähm. Das ist schon sehr... Ähm. Das ist schon sehr stark bei ihren Märkten. Das... Gut, ich meine, wer magische Angriffe macht, muss damit leben. Und ich würde eigentlich so wie immer eigentlich nicht unbedingt auf das eingehen, was ich da unten im Chat schreiben will. Weil... Also, ich versuche es, dass ich nicht zu viel darauf eingehe. Weil meistens ist da viel Haferkäse und Beleidigungen drin immer noch. Was eigentlich auch sehr schade ist, finde ich. Weil... Ja... Es müsste eigentlich definitiv nicht sein. Aber es sind halt auch einfach die Leute. Ah. Ah. Ah, er ist ja kriegt. Das ist wirklich schlecht. Ah, jetzt ist sie hoch. Oh, schnell, schnell! Ja, geht nicht. So, rechts kann ich mein Manna wieder aufladen. Die Alice ist auch sehr stark. Ich habe mit ihr auch schon gespielt und wenn man sie richtig einsetzt, dann ist sie nicht nur einfach Tanks, sondern kann sie relativ gut zuschlagen. Ja, das ist ja eine. Ich dachte, so kommt sie nicht raus, aber es gibt heute die gleiche. Oh, und da ist noch jemand aufgetaucht. Ja, der hat mich auch. Ich vergesse, dass ich irgendwann noch Heilung habe. Jetzt wird das Leben aufgeregt. Ich bin jetzt hier weiter und ich will das gut aufleidieren. Ich kann es nicht durch diese Hörgericht rausgehen. Ich habe das richtig gut. Ich bin jetzt nicht für die Hörgericht. Ich kann es nicht für alle Börsen hin- und für alle Börsenze und einleisieren. Ich kann es nicht für alle Börsen das machen. Jetzt habe ich hier einfach den Neuen einkaufen, ja, da habe ich, ups, da wäre er auch gerade hinter mir gewesen, aber, ja, da wäre er auch gerade hinter mir gewesen, ja, nicht davon springen, Jungs, komm jetzt, komm, 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 komm Huch, jetzt hat mich die Eibika schon wieder geprägt. Endlich, hey, hey. Die sind hartnäckig, ich habe. Komm, noch mal, komm. Adieu. Jetzt ist es noch falsch. Jetzt müssen wir die Eibika schauen. So, du hast fast kein Ding mehr. Ich gehe jetzt erstmal runter und schaue, was hier unten macht. Ah, der Ding ist schon dumm. Aufladen, aufladen, aufladen. Gut, ich nehme an, der macht noch kaputt. Oder auch nicht. Also, da oben ist noch drin, aber ist auch der zweit. Steckt sich da. Ah, da ist er. Und auch hier. Ich habe voll drei Säcke gegeben. Oh, da war es wenig. Wie war es? Minion, so will ich bitte. Super Soldaten, ja. Ich weiß nicht, ob ich nicht gibt. Oh, das ist mir immer hier vorne. Ich weiß nicht, ob ich es hier vorne bin. Das ist mir wichtig. Oh, da ist mir nicht. Oh, das ist mir wichtig. Nein, mischt. Entschuldigung, ich gebe hier die Kabelgänge hängen, das wird ja noch geändert. Ich gebe hier die Kabelgänge. 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 Ich würde sagen, das ist schon mal nicht schlecht. So, das war die erste Runde. Und dann würde ich sagen, ich verabschiede mich jetzt mal. Ich gebe hier die Kabelgänge. Ich gebe hier die Kabelgänge. Ich gebe hier die Kabelgänge.